Er ist 15 Jahre alt. Geht immer an ihre absolute Leistungsgrenze heran. Er ist 15 Jahre alt. 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 Und deshalb ist es, wie du schon sagst, viel, viel einfacher bei der Weltmeisterschaft. Verrückte Welt. Er ist 15 Jahre alt. In den Haaren, im Make-up, in der Kleidung. Das gehört auch alles natürlich dazu. Bei der Europa-Mazelloppen einen so couragierten Auftritt hatte, aber jetzt eben irgendwo von der Realität wieder eingeholt wird. Schade.